Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ziegensimulator 3. Ja, es ist schon eine Weile her, wir sind, wo kann der Ziegel mehr weh? Wir sind ein Strauß. Aber egal, man weiß als Straußwarte. Ich glaube, ich wollte so bleiben, weil er größer ist oder schneller. Ich glaube, der kann so ein bisschen flattern. Friedhof. Oh, wir sind auf dem Friedhof geendet. Oh, das ist ein bisschen laut in meinem Ohr. Schlag den Maulwurf. Äh, Entschuldigung. Ist das richtig, was ich hier tue? Gerade erst angefangen und ich muss direkt den armen Mann ja mal trittieren. Na, ich bin ein bisschen langsam. Schlag den Maulwurf, du weißt, was zu tun ist. Gut, ich habe es anscheinend geschafft. Das gehört jetzt mal zum Abenteuer. Gut, uh. Oh yeah. Verdeckt, das können Sie heute im Drücke Tab um Fortschritte zu sehen. Äh, ich glaube, das heißt, wir können in der Ziegenburg da wieder mal was tun, ne? Wir bleiben erst mal so. So, ich hatte auch noch eine Karte, ne? So, das ist der Friedhof. Spektzäulen. Wir gehen mal ins Mausoleum. Was ist da vorne? Oh. Hallo. Entschuldigung. Sind das seine Schuhe? Oh, er hängt verkehrt rum da jetzt drin. Oh, das tut mir leid. Ich gehe nicht. Achso. Das nehme ich mal mit. Oh. Das ist kaputt. Okay. Na, 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 na. Geläutet. Zieh? Was zieht? Okay. Ich würde... Schau mal, was hier drin ist. Hi. Oh. Das ist nicht gut, ne? War das doch richtig da oben? Das ist nicht gut. Kann ich hier. Doch, ich kann leider. Ich musste doch hier oben hin. Aber in welcher Reihenfolge? So, die macht das Spiel. Kann ich hier nichts weiter zu sehen? Du, 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 du. Hä? Sonderstücke. Ja, okay. die macht und spiel macht wie war doch mal die markt so nicht im mut autogruppe gläubgeläutet sie es bestimmt alle zur selben zeit aber wie nutze ich die macht ich kann doch mit verschiedenen das jetzt konnte doch dieses nervige pieps geräusch na so immer da wo so ein dinge dran ist na gegen um alle unreinwesen und sich autos auf nutzen was kann der diesen back gibt es kein patch aber dann ist das 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 ist eigentlich hier so los die können die auch irgendwas was kann das passiv stimme deine luftsprünge ab um zu bleiben okay die arche um tiere zu spawnen um angelegte objekte zu schlucken und dann also verwandeln können wir eine schuhe auch irgendwas irgendwas kann das doch um dich in ein alt zu verwandeln wo muss ich da finde ich muss ich dafür eine ziege sein vielleicht geht nur eins so jetzt habe ich nur eins f ich will wissen wie das geht ok dann muss vielleicht irgendwo stehen wie ich das mache oh nein leute das können wir doch nicht tun ich kann ich kann hier grabsteine ich drücke eher um das weg zu zahlen ja warum das finde ich aber auch nicht so gut hier was ist denn hier eigentlich los du darfst du darfst du gar nicht fahren ja es ist nicht so laut hier kann ich beichten hier geht es auch nicht wieso steht ihr hier draußen rum sind hier irgendwo noch mehr gräber ich bin jetzt wieder gut ja ja oh ich wollte dich gar nicht anlutschen es tut mir leid asche hier was nein ich oh gott nein spread your ashes here wie jetzt oh no das muss doch hier irgendwie irgendwo müssen doch noch weitere gräber sein irgendwo müssen doch noch weitere gräber sein und guck mal hier vielleicht wenn ich hier respekt zollen was wer ich ouchi 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 sorry ouchi oh gott oh gott oh gott das ist aber auch hier echt so ne sache ne ach guck mal hier das hier ja einen braue ich noch irgendwo also nur da wo das kreuz doch dran ist oh it's a goat Der dritte ist bestimmt gut versteckt. Ist das nicht das Geräusch von... Wo ist es denn? Das Gefühl, das ist hier drin, aber wie komme ich hier rein? Kommen wir hier rein? Was können Sie sehen? Ja, hier ist eine Ziege. Das ist doch das Geräusch von diesen Trophäen, oder? Aber wo? Jetzt, ich brauche das Spiel, aber pass! Und ich habe die Macht nicht. Wo kriege ich denn die Macht her? Ich brauche noch ein Grab. Wohin geht das denn hier? Was ist denn mit euch eigentlich? Warum könnt ihr nicht fahren? Schauen, was es gibt. Today. Denkst du? Ich bin ein Brave. Was? Ach Mensch. Ich helfe dir mal. Ja, 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 sehr gut. So. Jetzt. Ja, hau die, Partner. Also hier war ich. Ja, das glaube ich dir. Nein, ich bin nicht Grunt. Hier war ich auch. Ja, ja, doch eine Ziegel. Hier ist kein Friedhof mehr, ne? Nope, hier ist wieder alles. Hier ist wieder Musik. Hier ist wieder alles Grau. Und Plakat, irgendwo ist dieses blöde Trophäe. Und ich sehe sie nicht. Da oben ist es auch nicht mehr. Ich sehe nichts. Oh, guck mal. Oh. Ah. 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 Ich habe die Gunst Gottes. Deswegen darf ich da jetzt rein. Was zur Hölle. Also, also, was. Das Stab am Crossfit. Oh, Leute, bitte. Ach, das könnt ihr doch nicht. Also, jeder soll das, was er meint, ne? Motiviere Leute zum Laufen. Hm. Huh. Oh Gott. Also, Sport ist, glaube ich, nichts für mich. Okay, 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 okay. Das ist hier, wenn ich das so anlutsche, kann ich das nicht essen. Magazinständer, okay. Motivieren Leute zum Laufen? Oh, mein Gott. 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 You're talking to animals. Oh. Aufheb' wir auch. No. Nah. Ah. Ich muss die Leute. Hey. Wie muss ich die Leute achten? I do the fear. Bet you won't try that again. Where do I listen for a heartbeat to get it? It can't be the head, right? More, please. Macht und Spiele? Motiviere die Leute zum Laufen. Kommt das dann wieder her? Motiviere die Leute zum Laufen. Ich weiß nicht wie. Nutze die Macht und Spiele. Warte mal. Ich suche mal noch nach den Buchstaben wegen den Glocken. C und irgendwas mit S oder so. Oh, guck mal. Warte mal. Unten steht Ash. Oh, wups. Sag mal, was ist denn mit dir? Du gehst jetzt weg. So, die helfe ich jetzt hier nochmal. So, komm. So, kannst du jetzt, kommst du jetzt hier raus? Wo wir, oh shit. Diese alten Menschen hier. Ja, ihr macht das schon. Ich muss das jetzt hier nochmal gucken. Ich will erst wissen. Was ist denn? C. A.S. A.S.E.S. A.S.E.S.C. 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 Ja. Ne, jetzt ist gut. Jetzt ist aber mal gut hier. A.S.E.S.E.S.E.S.C. C? Hier ist auch kein C drin. 35, 39, 15. Habe ich hier Uhrzeiten irgendwo? Ne. Keine Uhrzeiten. Da ist hier C. Ich frage mich, warum denn diese Special-Dinger nicht funktioniert. Funktionieren. Empfohlen. Gibt es hier irgendwo auch die Macht? Himmlische Flügel. Ne. Kopf. War das im Anlass-Siegensimulator, wo ich diese göttliche Macht hatte? Ich meine, ich habe sehr viele Punkte da oben. Sortieren nach, am Set. Wie hieß die Quest jetzt noch mal hier? Wie ist es da beim Crossfit? Aha. Ne. Nicht das. Wo ist denn... Hä? Wo ist denn jetzt mein Spiel-Dings hier? Nutze die Macht und spiele. Nutze die Macht. A, B, G. Da mit dem Blitz Dämonenmaske. Stimmt, muss man die alle gleichzeitig spielen. hat sich macht verbreitet die botschaft wieso kann ich das nicht ins grün sein ich habe doch ich habe doch die punkte wieso habe ich jetzt eine handtasche das hätte ich gerne okay dass das funktioniert aber die anderen länge nicht so fahrzeuge aufmarsen wir nicht damit werde ich das habe auch eine chance So, da bin ich unsichtbar für die Leute. Müssen die nicht Angst haben? Wollen die mich ja nicht sehen? Alter, das war der Sarg, der geknackt hat, oder? Das ist der Ring, der Ring, aber ich glaube nicht, dass es wirklich... Was ist das hier? Achso, eine Kerze. Warte mal. Wenn ich dich hier reinhole, ne? Komm mal weg. Puh, lauf mal. Ich motiviere euch, hier zu laufen. Oder muss ich dich auch wirklich hier drauf packen? Ach, was? Ach, ha, ha, ha. So, komm mit. Ja, 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 komm, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Stehen wir mal wieder auf. Landest du vielleicht automatisch da drauf? Ah, okay. Ja, komm, geh. Geh. Nee, geh. Hier, geh. Oh. Oh. Ja, okay, das geht auch. So. Mal weg. Da, 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 da. Yeah, uh. Vielleicht krieg ich jetzt die Macht. Oh. Oh, ich kriege ein Auto. Ach, ist ja schon der letzte von euch, ja? Nein. Ist das jetzt aber noch mal eine Belohnung? Äh, nicht eben. Fahren, fahren mit. Äh, oh, nee, fahren. Äh, verschieße Energydrinks. What? Ja, jetzt versuche ich dasselbe wie die anderen da. Was hängt denn da raus? Achso, ich bin das. Ah, Pum. Wieso sollte ich denn Energydrinks verschießen wollen? I'm influencing. Are you alright? Oh, du bist Influencer, okay. Oh, no. What's going on here? Hello. Hi. Wollen wir hier sonst nix machen? Pum. Perform. Pray. Crossfit. Alter, alter. Oh, no. Did something happen? Monday. Alright. Okay. I can feel the heartbeat. Where do I listen for the heartbeat again? They can feel the head, right? Oh, no. Did something happen? God, I'm already. Where do I listen for the heartbeat again? They can feel the head, right? Hello, sir. Have a walk here. This is a bad spot to rest. So, nutze die Macht und spiele. Das ist nicht die Macht. Kann mir ein anderes Fell kaufen, aber nee, das will ja gar nicht. Empfohlen Brettspielsüge, Trainingsanzug, Gärtneroutfit, am nutzlosesten Sushi, serviert auf einer Ziege. Neckere Ziege. Dieses kleine Schweinchen wurde in einem Mocap-Anzug gezwängt und bekam dafür nur einen Dollar pro Stunde. Was? Was haust du nämlich hier? Was ist das? Der Himmel gibt dir Flügel. Ach, Gedrücktheiten. Oh, ich bin da so dumm. Feuerwerkwerfer. Sag mal, Leute. Wir sind hier an der Kirche. Könntest du mal bitte ein bisschen netter zu mir sein? Okay. Gedrücktheiten ist kaufen. Kopf. Was war denn das, was ich vorhin im Sinn hatte? Gehörschutz. Eine Dame, für die es sich lohnt zu tun. Geht da über da. Ein, ein, lass mal mit. Noch zu inspirieren. Dem Laserstrahl alles Mögliche zu vernichten. Um Chaos aus der Ordnung zu erschaffen. Das klingt doch gut. Ne? Z.F. in der Nähe von Menschen und ihm zu helfen, einen besseren Ort zu erreichen, heißt das, die umzubringen? So. Was ist denn, was ist denn, was? Ne? Die Schneebälle verbreitet die Botschaft. Welche Botschaft? Und das kann ich alles noch nicht kaufen? Ne. Dieser Strahl. Rücken. Gämische Flügel. Was haben wir denn noch? Gummiverfer zum Sprühen. Nadelkissen. Satellitenschüssel. Feuerwerkwerfer. Oh, ist das? Um ein Geschenk einzupacken. Das war es auch schon wieder hier. Habe ich aber alles noch nicht entdeckt. Ich hatte doch diese göttliche Macht. Und hier zu spawnen. Ne. Ihr könnt alle irgendwie nix hier. Füße. Na vorne zu flitzen. Um die Stelzen auf und ab zu bewegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, was ich hier machen soll. Aber ich gehe jetzt mal, äh, Chaos verbreiten. Uh. Uh. Oh yeah. Also abgesehen davon, dass es ein Kretel ist, so man sowas nicht macht. Diese Funktion ist schon irgendwie cool. Ich habe euch alle wieder zusammengebracht. Okay. So, gucken wir nochmal hier. Das habe ich erledigt. Achso, das bin ich. Imperiales Mausoleum. War das das hier mit dem, mit dem Spielen? Und sie macht uns Spiele, ja, okay. Gut, dann. Ich würde sagen, dann gehen wir wieder, oder? Kommst ja auch nicht weg, ne? Ich helfe dir. Huch. War ran von SUV. So, jetzt reicht's aber. Dumm, 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 dumm. Das war ich nicht. Hi. So. Was haben wir hier in den... Achso, guck mal, mein Ziegenpunkt. Punkt. Ziegen-Turm. Ich wollte hier gucken, was es da so Neues gibt mit einer Wallach. Ei, 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 ei. Muss ich nicht irgendwas tun? Oh, achso, das ist damit gemeint. Jetzt gibt's hier meine Crossfit-Ecke. Okay, Entschuldigung. Von allem, was ich so gemacht hab, wird das dann aufgebaut, ja. Okay. Sehr schön. Gut. Ich hab nichts gemacht. Das war ich wirklich nicht. Huch. Das war ich jetzt aus Versehen, ja. Ja, was ist hier in der Nähe? Schweden baut auf. Aha. Ist das etwa beim Ikea? Wo ist das? Ist das hier drin? Hilfst du Sven, ein Stück Schweden zu bauen? Ja, bist du Sven? Wie, wie, ähm, so ein bisschen mehr Kontext wäre schon schön. Sven, du hast hier einen komischen Wasserhahn. Oh, mein. Lebet er entschlagen? Lebe irgendwas und schlagen? Oh. Entschuldigung, Sven. Oh, nein, ich habe meine Wallach verloren. Sorry. Three-second rule. Ich. Weil du deine Karte hast fallen lassen? Ein Stück Schweden aufzubauen, wie soll ich denn das tun? Das ist ja voll das Ikea-farbene Haus, das ist ja furchtbar. Ikea-Möbel, okay, aber Ikea-farben. Ja, keine Sorge. Ja, mach doch. Oh. Guck mal. Upsi. Oh, guck mal, Sven. Oh, guck mal, Sven. Sven, ich habe eine Tür. Ich habe eine... Was wird denn das? Muss ich jetzt einfach Pakete suchen? Du- Gärmig- Gärmig- Bra- Vibration. Okay, lassen wir das. Nee, okay, das gehört hier nicht drauf. Das ist also unsere Aufbaumatte, ja? Wo hast du hier noch Pakete rumliegen? Guck mal hier. Oh ja, guck mal, ich kann dir helfen. Ich habe jetzt Ahnung. Ja, 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 ja. Wir kriegen das hin, Sven. Er ist 5 von 22. 32? Oh nein. Ah, da sind ganz viele Dinger drin. Uah. Okay. Kein Problem, kein Problem. Ist es hoffentlich das, was du brauchst? Ja, Entschuldigung, Sven. Ah, sehr schön. Ah, so. Upsi. Äh, Sven, kannst du das... Kannst du das gebrauchen? Also, ich meine, deine Küche brennt und so ein Haus brennt, aber wir bauen vorher noch eben den Schrank zu Ende, ne? Warte mal, kann ich das nicht verstauen? Hm. Ja, das ist bestimmt richtig. Sag mal, was brennt denn hier alles und warum? Was habe ich denn gemacht? Ja, das sieht genauso aus, wie ich ein Ikea-Möbelstück aufbaue. Dum, 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 dum. Oh, nice equation for my parents, gang. Hoffentlich ist das das Letzte. Ich hab Lust hier drumherum zu latschen. Ich will jetzt den Schrank aufbauen. Oh, ähm. Teleport. Okay. Natürlich muss ich da nicht gehen. Oh mein Gott. Bin ich im Ikea, äh, ähm, hier Personalraum? Den heiligen Hallen? Ich bin im Ikea. Ich hör was. Wie komm ich da hoch? Ja, komm. Oha. Na. Ja, 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 ja. Was bist du? Gummi-Enten-Wur. Ja, natürlich, natürlich. Da oben ist eine Statue. Kann man da rein. Und da oben muss ich raus, ne? Ja, warum hüpfst du nicht hüpfen? Gut. Nee, okay. Das ist mal ganz ruhig und entspannt hier. Ah, im Kuchen gibt's hier drinnen noch irgendetwas. Ich bin immer noch bei Sven, ne? Okay. Zurück ist das im Ikea-Lager. Okay. So. Was shoppen wir hier noch? Der große rote Knopf oder freundliche neue Nachbarn? Der große rote Knopf. Was ist da eigentlich von der Rückseite hier in Svens Küche? Eine Dartscheibe, okay. Ja. Hä? Ah, verstehe. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Bitte? Ich glaube, das ist nicht so gut. Sag mal nicht, ich muss sie entschärfen. Huch. Ist das jetzt hier, wo die gelandet ist? Okay, ich habe gleich den Überblick verloren. Ich denke, dass das nicht hier war. Helfe dabei, die Skulptur zu erschaffen? Haben wir hier was vergessen? Welchen hier? Was ist das hier? Aber, uh, sehen wir gruselig aus. Habe ich das angenommen gehabt? Hat das funktioniert? Das hat funktioniert? Das ist Kunst. Habe ich das nicht? Okay, jetzt kommst du auch an die Statue. Wer war das? Du warst das, ne? Sehr gut. Der beschrollt. So, aber, es war der große rote Knopf. Ich habe nicht gesehen, genau wo es hinge landet ist. Hinge landet. Hingeflogen gelandet ist. Hi. Vielleicht muss ich ja auch was Bestimmtes tragen. Lounge? Sag mal. Hallo, ich war noch nicht so weit. Jetzt reicht's. Jetzt mache ich das Ding ohne euch. Sag mal. Jetzt ist gut. Tschüss. So. Lounge? Ne? Was steht denn hier? If Problems disable of remove 40 Gramm. Boah. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier noch so los? Wo ist das Ding denn gelandet? Too high. Too high. Hm. Ich möchte launchen. Nochmal. Huch. Warte. Eisabachs. Ich weiß es nicht mehr. Wo ist das Ding gelandet? Ich meine, wenn das hier oben drauf ist, das muss doch einen Sinn haben. Ich fliege jetzt mal nicht. Vielleicht bringt er mich da hin, wo. Okay. Ich weiß ja nicht. Ist das nicht in irgendeinem Brunnen oder so geflogen? Und es hat auch gepiept, ne? What the fuck? Also wenn ihr gesehen habt, wo das hingeflogen ist, dann schreibt es mit, bitte gerne. Weil ich habe keine Orientierung. Hongkong. 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 Pizza-Lieberant. Upsi. Upsi. Entschuldigung. 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 Das klingt aber nach einer Trophäe hier. Oh, das ist einfach nur ein Presslufthammer. Kannst du mal damit aufhören, bitte? Da. Ja, ist ja gut. Ui. Ah, irgendwo die Bombe, irgendwo die Bombe. Hä? Okay. Er synchronisieren. Achso, muss ich da noch irgendwas mitteilen? Esst das doch immer wieder. Ja. Jetzt habe ich neue Teile der Stadt freigeschaltet, glaube ich, ne? Okay. Ist denn jetzt irgendwas? Ändert sich dann da was dran? Nö, ne? Nö. Gut, okay. Ich finde... Ich finde die... Bombe nicht. Was ist das da hinten? Hä? Achso. Es ist nicht gerendert. Seht ihr dieses goldene Ei da? Oh, der ist prädestiniert dafür, dass ich hier einen Runterschub sehe. Oh, was ist das? Gleitschirm. Sehr schön. Das ist die goldene Stato, wo ich hinwollte. Durch die Lüfte zu schieben. Hm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie anders ist als vorher. Ich bin, glaube ich, noch in der richtigen Richtung. Oh, guck mal, hier kann ich ja mal schwungeln. Aber hier guck ich erst mal, was es hier so gibt. Und hier auch. Genau. Also es macht irgendwie keinen Unterschied, oder? Es startet aus Föhn. Oh, ich dachte gerade, das wäre hier. Ich will zu dieser goldenen Stadion. Oh, halt, stopp. Ich habe nichts gehört. Ich höre dich doch. Na, jetzt hör doch mal auf hier. Oh Gott. Da. Gott, wir kommen dahin. Das ist noch eine. Ja, ich wollte so goldenen Stadion, aber das ist auch eine goldene Stadion. Das ist noch eine Menge Bananen. Oh. Okay. Okay. Ich hätte auch die Brücke nehmen können. Ich kann aus Wasser gehen. Ich schwimme einfach. Ja. Oh, so einen Wagen hatte ich auch mal. Also wie ich sehe, auch in diesem Stadtteil können die Leute nicht Autofahren. ein Statue of the Libertarian. Kann ich mich mit dir da hoch teleportieren? Was ist das da? Oh, okay. Ob ich auf der Angel rumlaufen kann? der Gründervater. Neues Event. Sie. Nur mehr Spielermodus. Uh. Sehr schön. Ist doch bestimmt hier, oder? Der Gründervater ziehe. Ne, den Fisch rausziehen oder sowas. Mal. Wie weit geht denn das? Ne. Hier ist ein Haken dran. Was ist das da unten im Wasser? Zieh. Was soll ich denn ziehen? Oh, schneller. Geh wieder da hin. Oh, ist das ein zweiter Ziegenturm? Wenn man nicht immer wieder so weit zurück muss. Hi. Wahrscheinlich gab es schon vorher einen zweiten Ziegenturm und ich habe das noch nicht gehört. Oh, bestimmt da vorne an der Spule. Gehen da nochmal hin. Oh, Entschuldigung. Beine brauchen. So. Aha. Wenn da was anbeißt oder direkt? Oh. 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 Wir haben einen Leuchtturm gefunden. 5000 Kilo Schönein. Oh. Oh. Na, nein, ich wollte doch da oben drauf. Na, bin heute schon wieder zu wabbelig unterwegs. Ach da. Als ob ich das... Mensch, Mensch, Mensch. Ja, hab ich hier geblendet. Tag- und Nachtzyklus freigeschaltet. Okay. Ich steige im Rang auf Gehe zu Ziegenburg, um Belohnung zu halten. Was zur Hölle? Was? 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 Wir lassen mal das Licht aus. Gehe zu Ziegenburg. So, das machen wir jetzt noch und dann ist es finito. Na, ich glaube, schwimmen geht schneller. Wenn wir so komisch, wo sich hin flattert. Gehe, hallo? Gehe. Uh, wo ist mein Ziegenburg? Oh, da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da für einen Gartenstuhl. Uh, mein Thron. Oh, ihr seht ja süß aus. Oh, ihr verneigt durch von mir. So, wo ist mein Thron? Oh, wir sind noch mehr. Ich war doch vorhin noch nicht da. Wo ist mein Thron? Da ist mein Thron. Oh, guck mal. Neue Ausrüstung freigeschaltet. Um eine Armee herbeizurufen. Oh ja, okay. Schon ein bisschen gruselig. So. Jetzt sind sie wieder weg. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und wenn ihr die Bombe seht, sagt Bescheid. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.